Willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge IDK Gaming For You. Und ich freue mich, dass du eingeschalten hast, denn wir sind die Vereinigte Front und kämpfen gegen das absolut Böse. Es schlägt zu, Madaras Puls. Schön, dass du eingeschalten hast. Lass mir gerne einen Like, einen Kommentar, ein kostenloses Abo da und viel Spaß beim Anschauen. Los geht's! Hö, hü'h! W manche, die Zeit am Ende wird, um einen Weg zu bringen. Aber, wenn ich die, wo ich mich verletze, habe ich durchgeführt... ...und ich, wenn ich nicht ausfahe kann... Obbito, was ich wirklich? Der Typ sehr, ich habe einen Mann aufges ashüttet, en Tag hat mich verletzt. Aber es ist ein eyebrow der ThanGE! Das Wettbewerb ist, dass du... Nachhto hat mich schon mal verletzt, warum ich mich verletzt. Ich denke, dass du jetzt das Wettbewerb anst. Das Wettbewerb wird mit der Kugel-Türen-Türen-Türen-Türen-Türen-Türen. Das ist ein starkes Wettbewerb. Oh, okay, das Wettbewerb. Ich werde es bald wieder beginnen. Ich werde es um den Weg geben. Das ist ein Weg. Krozes! Aber... Rindne-Tetseh-No-Ju-Zu! Hahaha! Ich werde endlich mit einem guten Wettbewerb. Ich werde nicht nur mit dem Körper, sondern auch mit dem Wettbewerb. Ich werde noch nicht mehr... Du hast, wenn du diese Zeit hast... Das ist ein Wettbewerb? Du kannst es einfach verwendet werden. Du hast... Du hast... Du hast... Du hast... Du hast es nicht gewusst. Du hast du das Wettbewerb von Utiha? Du hast es nicht gewusst. Ich weiß nicht, ob ich zwei Werteidigte, dass es wirklich glücklich ist. Aber ich weiß nicht, ob ich eine andere Beziehung kann. Ich weiß nicht, ob ich die Werteidigte und die Werteidigte, dass es wirklich glücklich ist. Ich weiß nicht, ob ich diese Beziehung kann. Es ist nicht so, was ich? Das ist gut. Was ist das, was ich? Na, jetzt ist es ihr. Sie sind Schroeder. Was ist das? alter leute und das wird ein richtig geiler kampf 70 prozent gesundheit mal gucken ob wir es hinkriegen 3 2 risiko was englann ok wo bleibt er denn immerhin hier da haben wir mit müncho zu getroffen jetzt gibt es auf den sack ein bisschen nahkampf action nicht gut schlecht getimt ach schmerzen so ärgerlich da ist so langsam der naruto ich habe auch kein holz mehr schwierig komm schon komm schon komm schon schaust du auf die heimtechnik bin ich jetzt kriege ich ihn jetzt kriege ich ihn jawohl geht doch bastardos ja verdientermaßen nur ein kampfergebnis da habe ich zwischendrin zu viel gefressen ja immer diese scheiß schürigen dann holzt man doch immer noch mal automatisch ist echt gefährlich ja 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 Das ist ein Schuss. Geh, die Schüsse. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist das... Die... Die... Das war's für heute. Was ist das? NARUTO! Ah! Die neue Frau... Ich habe mich verletzt. NARUTO! Aber... Sie können noch helfen. Man muss halt dazu sagen, der zweite Hokage ist halt auch geistestrank stark, aber der ist total underrated. Ich bin jetzt nicht nur noch, was ich tut. Ich kann nicht nur noch, was ich. Aber ich muss noch nicht mehr helfen. Die Maltos sind die Hoffnung der Schäden. Ich bin auch. Es hat verändert. Ich dachte, ich habe mich immer wieder auf die Schäden, aber... Ich habe mich nur auf die Schäden gehalten. Ich habe mich nur auf die Schäden gehalten. alter wie geil auch eine geile kombination zweiter hokage und sasuke mit mehr als 70 prozent gesundheit gewinnen also let's go baby direkt damit treffen damit auch das gibt mir zeit auf jeden fall erstmal das chakra aufzufüllen ja und dann mache ich relativ kurz im prozess jetzt mit dem hat kein holz und tschüss das war's mit dem madera das ist halt auch wenn es auch schwer ist es ist immer noch viel zu leicht ehrlich gesagt ich hoffe ihr kennt gut naruto dass mir bitte bitte unbedingt ja mal eure psm discord haben da dass wir gegeneinander kämpfen können und dann habe ich hoffentlich ein bisschen mehr herausforderung also danke schon mal an der stelle kioskiru yasana nieかを狙って imana Das ist jetzt. Da wirft er den Staubsauger an der Madara und wird zum neuen Chinchui-Rigi des Zehenschwänzigen. Und das ist ehrlich gesagt auch eine der Modi, die mir ultimativ richtig, richtig gut und mega geil gefallen. Boah, das heißt, wir kommen in einem meiner absoluten Lieblingskämpfe auch immer näher, ne? Und zwar Madara gegen Gai. Der stärkste von allen. Ach, u猿 könnte ich nicht. Ich danke. Fass mich över. Ich bin nicht mehr. 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 Ich bin nicht mehr, wie man... Und das war das Ende von Madara's Puls. Also vielen Dank fürs Einschalten, lass gerne ein Like, ein Kommentar, ein kostenloses Abo da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.